Herzlich willkommen bei Traktionssysteme Austria. Wir bei TSA legen besonders großen Wert auf Ausbildung und die startet bereits im jungen Alter bei der Lehrlingsausbildung. Derzeit bilden wir zehn Lehrlinge in den Lehrberufen Maschinenbautechniker, Elektromaschinentechnik und Zerspannungstechniker aus. Hallo Walter. Hallo Cornelia. Was erwartet unsere Lehrlinge in den dreieinhalb Jahren ihrer Lehrlingsausbildung bei uns? Also unsere Lehrlinge haben viele Möglichkeiten. Beginnt in der Lehrbergstätte mit einem umfassenden Grundkurs, geht dann in den einzelnen Abteilungen weiter. Diese turnusmäßige Ausbildung gewährleistet, dass die jungen Facharbeiter alle Fähigkeiten und Kenntnisse erlernen, die zur Herstellung eines Traktionsmotors notwendig sind. Warum ist deiner Meinung nach bei einem Betrieb wie unseren immer noch so wichtig, Lehrlinge auszubilden? Hauptgrund für unser Engagement in der Lehrlingsausbildung ist, dass wir die fachliche Qualifikation und die soziale Kompetenz unserer jungen Mitarbeiter selbst steuern können. Dies gewährleistet natürlich, dass wir in den einzelnen Abteilung hochmotivierte und gut ausgebildete Mitarbeiter haben. Die Ausbildung im eigenen Haus gewährleistet dadurch auch, dass wir die Stärken eines jeden Mitarbeiters besser unterstützen können. Hallo, ich bin der Felix. Ich mache die Ausbildung zum Maschinenbautechniker. Das beinhaltet eigentlich die komplette Metallverarbeitung. Das bedeutet Bohren, Drehen, Fräsen, CNC-Gesteuertes, etc. Hallo, ich bin Victoria und ich führe gerade eine regelmäßige Kontrolle von einem Bestandswerkzeug durch. Drehen und Fräsen ist super. Macht mir am meisten Spaß. Unsere Lehrlinge sind ein eingeschweißtes Team. Wie schaut es mit Aktivitäten außerhalb der Arbeitszeit aus? Aufgrund unseres guten Betriebschemas unternehmen unsere Lehrlinge auch außerhalb der Arbeitszeit gemeinsame Freizeitaktivitäten. Zum Beispiel waren wir mit ihnen in einer Kletterhalle, da konnten sie ihre sportlichen Talente unter Beweis stellen, aber auch Ausflüge wie Skateboardfahren oder Kartfahren und natürlich auch unsere Exkursionen zu anderen Betrieben stärken den Teamgeist und sorgen immer wieder für Unterhaltung. Zusammenfassend bin ich stolz feststellen zu können, dass wir unseren Lehrlingen neben einer interessanten und umfassenden Ausbildung auch die Möglichkeit bieten, sich persönlich weiterzuentwickeln und für eine moderne und fordernde Berufswelt zu festigen. Unsere jungen Menschen sind die beste Investition eines Unternehmens in die Zukunft.